Was war das bitte für ein geisteskrankes Auftaktspiel in der zweiten Bundesliga zwischen dem HSV und Schalke 04, dass der HSV letztendlich 5 zu 3 gewinnen konnte. In dem Video möchte ich jetzt einfach mal kurz über das Spiel reden und generell was man so für Schlüsse für beide Mannschaften aus dem Spiel für die komplette Saison ziehen kann, denn die Saison ist logischerweise natürlich noch lange. Zunächst einmal sind beide Mannschaften mit einem 4-3-3 System aufgelaufen, was sich aber in der Spielweise dann doch recht deutlich unterschieden hat, denn beim HSV war es das gewohnte System mit den hochpositionierten Offensivspielern, während die Aufbauspieler wieder mal frei rotiert haben, gerade eben die Innenverteidiger und auch die Außenverteidiger im Aufbauspiel gemeinsam mit dem Torwart Heuer-Fernandes. Schalke hingegen hat es ihnen eigentlich recht einfach gemacht, denn Trainer Reis hat wie schon in der Bundesliga weiterhin mit krassem Mannbezug gegen den Ball gespielt, so dass halt jedem Schalker ein HSV-Spieler zugeteilt war, aber durch diese Rotationen im Aufbauspiel konnte der HSV das eigentlich echt gut bespielen und kam so dann halt eben auch zu einigen Chancen. Gerade beim 1-0 war das halt eben deutlich, aber auch generell war in der ersten Halbzeit der HSV schon die Mannschaft mit der Mehrzahl an Chancen gegen einen überragenden Müller im Schalke-Tor, aber man hat eben halt noch selbst zu viel zugelassen und so war es dann eben so, dass die Schalker mit dem Pausenpfiff eigentlich mit Ovejan das 2-1-Führungstor gemacht haben, haben also das Spiel gedreht gehabt zur Halbzeit, auch wenn der HSV eigentlich die klar bessere Mannschaft war und da dachte man dann schon so ein bisschen, ja okay, Schalke vielleicht einfach die abgezocktere Mannschaft, der HSV nutzt wieder mal seine Chancen nicht, aber es sollte dann letztendlich doch ganz anders kommen, denn der HSV hat die Situation in der Halbzeit angenommen und dann eben für eine furiose zweite Halbzeit gesorgt. Sie haben den 2-2-Ausgleich erzielt und direkt danach auch noch den 3-2-Führungstreffer. Da dachte man so, okay, jetzt haben sie die Schalker, aber die kamen dann nochmal zurück mit dem 3-3 durch Simon Terodde, der generell ein überragendes Spiel gemacht hat. Zwei Vorlagen und ein Tor, auch wenn sie am Ende verloren haben, war er halt dennoch an allen Toren beteiligt. Allerdings war dann halt der Knackpunkt die gelb-rote Karte von Cissé, dem Innenverteidiger von Schalke, der generell kein gutes Spiel gemacht hat. Beim 1-0 sah er nicht allzu gut aus, dann hat er eben den Elfmeter verursacht, der zum 2-2-Ausgleich gesorgt hat. Und in der 71. Minute war es dann eben er, der nach einem Foul an Öztunali die gelb-rote Karte sah. Man kann vielleicht da auch Reis in die Verantwortung nehmen, dass er ihn vielleicht hätte auswechseln sollen. Es gab ja eine Option auf der Bank mit Matriciani. Dann musste er eben zwangsläufig umstellen, in Unterzahl auf ein 4-4-1. Der HSV hat dann eben extrem krass gedrückt, gegen tiefe Schalker zum Ende hin. Und hatte ab der 80. Minute eigentlich Chancen im Minutentakt. Und so kam es dann in der 91. Minute auch folgerichtig zum Führungstreffer Last Minute durch Glatzl nach guter Vorarbeit von Van der Premt, der generell als Rechtsverteidiger echt ein gutes Debüt gegeben hat. War zum Anfang hin noch so ein bisschen wackelig, aber hat sich zum Ende hin dann echt gut gesteigert und gut reingefunden. Und dann war es halt eben noch ein Konter, nachdem der Schalker Torwart Müller vorne mit dabei war, den Dompe verwertet hat zum 5-3-Endergebnis. Der Sieg geht aber letztendlich auch vollkommen klar, denn der HSV war deutlich die dominantere Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit. Sie haben das Spiel eigentlich klar kontrolliert, denn Schalke hat sich echt schwer getan gegen den Ball mit dem Mannbezug. Aber auch mit Ball, muss man sagen, war das echt kein guter Auftritt von der Reismannschaft, denn da hat man in einem flachen 4-1 aufgebaut, mit Schallenberg vor der Viererkette. Und der HSV hat es eigentlich ganz gut zustellen können, mit den drei Offensiven plus Ferrei, der dann oft zu glatzel dazu ist, die dann halt eben die Viererkette angelaufen haben, während Schallenberg eigentlich recht selten den Ball bekam. Und wenn, dann konnte man auch nur wenige progressive Pässe nach vorne spielen und sich selten flach hinten raus befreien, auch aufgrund der Positionierung der anderen offensiveren Spieler, denn gerade die Achter hat man sehr hoch positioniert und so konnte man sich halt selten flach befreien und ist dann eher auf lange Bälle gegangen, wo man dann halt eben in den Halbräumen die zweite Bälle gewinnen wollte. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen riskant und in dem Spiel nicht wirklich aufgegangen. Gegen das Pressing ist Drexler auch mal öfters abgekippt für einen Dreieraufbau, sei es jetzt links, rechts oder zwischen den Innenverteidigern. Da war man durchaus flexibel und hat sich da so ein bisschen zu helfen versucht, hat jetzt aber natürlich auch keine Wunder bewirkt. Schalker Spieler, die man erwähnen muss, sind neben Müller und Herr Rotte, die ich ja schon erwähnt habe, vor allem Ue Traogo, der mit 17 in seinem Profidebüt direkt mal ein Tor gemacht hat und auch ansonsten keinen schlechten Auftritt hatte. Zudem auch Ron Schallenberg, der auf der 6 oftmals allein gelassen wurde, aber dennoch, wenn man nur ihn betrachtet hat, ein gutes Spiel gemacht hat, gegen den Ball einige Bälle gewonnen und dann halt eben auch die Vorlage zum 3 zu 3 gespielt. Und beim HSV war der Man of the Match natürlich ganz klar Robert Glatzl mit zwei Toren und dann einer Vorlage und den Elfmeter hat er auch rausgeholt, war also an den ersten vier Toren durchaus entscheidend beteiligt. Aber auch Immanuel Ferrei hat ein durchaus gutes Debüt gegeben, neben Benesch auf der Doppelacht, der auch wirklich herausragend war, hat den Elfmeter versenkt, ein Tor erzielt und noch eine Vorlage gegeben und auch ansonsten sieben Keypasses gespielt und drei Großchancen herausgespielt. Also der hat wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Und so würde ich abschließend zum HSV sagen, dass man die Aufstiegsambition definitiv untermauert hat und gezeigt hat, was die dazugewonnene Kaderbreite ausmacht. Gerade wenn man schaut, man konnte einen Yata und einen Dompeh nur von der Bank bringen und auch ansonsten waren Schlüsselspieler wie Reis und Schonlau gar nicht erst dabei und sie haben halt dennoch gewonnen, was auf jeden Fall zeigt, wie gut der Kader diese Saison aufgestellt ist im Vergleich zum Vorjahr. Also der HSV hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, wenngleich der Gegner es ihnen auch leicht gemacht hat und mich dementsprechend negativ überrascht hat. Denn Schalke hat auf jeden Fall gezeigt bekommen, wie wichtig die Baumgartelverpflichtung war, der halt eben in der Innenverteidigung noch nicht gespielt hat, weil defensiv war das wirklich kein guter Auftritt. Und zumindest offensiv kann man auf dem Auftritt aufbauen, da man seine Chancen gut genutzt hat. Dennoch fand ich, war das im Ballbesitz echt wenig und da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet, auch wenn ich schon wusste aus der Vorbereitung von Schalke, dass sie da Probleme haben. Aber das war dann doch echt erschreckend und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass sie sich da noch steigern können im Laufe der Saison, denn das wäre auf jeden Fall von Vorteil für die Aufstiegsambitionen. Das soweit mein Fazit zu dem Spiel, das auf jeden Fall einiges zu bieten hatte. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!